Hallo. Keile Begrüßung. Ja, hallo. Willkommen zurück zu Let's Fail Together. Der King lebt immer noch. Habe ich dir eigentlich schon mal erzählt, dass ich immer dachte, dass Heino tot ist? Nee. Hast du mir nicht erzählt? Aber der lebt ja noch. Wir haben jetzt echt voll die professionelle, absolut gar nicht vorhandene Begrüßung gemacht. Finde ich richtig professionell. Immer. Geh mal in die Höhle, oder? Ja, waren wir das letzte Mal schon in der Höhle? Aber lass mal einen Stein hier mitnehmen. Wir brauchen einen Stein. Wie awesome, dass man diesen eisernen Spitzhacken geht. Und ich sag dir, wir müssen Minecraft Let's Play. Okay, wenn du mich nicht umbringen willst, wenn du mich nicht umbringen solltest, dann höre ich mal lieber auf. Nee, nee, ist schon okay. Minecraft ist das schönste Spiel, das es gibt. Das kennt auch gar keiner. Ich habe gehört, das hat eine richtig geile Grafik. Und vor allem niemand hat Let's Play bis jetzt. Geil. Müsst ihr unbedingt machen. Ich falle natürlich wieder ins Wasser, eine ganze Ehr. Ah ja, das Ding habe ich auch noch. Ich finde ja fast, dass das Bohrer bis jetzt die besten Rasenmäher sind in diesem Spiel. Wollen wir hier mal rein? Ja, war man noch nicht. Krüge. WTF. Okay. Ich war gerade im Steam in dem Fenster drin. Oh mein Gott, jetzt sieht man deine Freunde. Ach nee, du hast gar keine. Doch dich. Juhu. Du bist ja auch scheiße. Man sieht nur deinen Namen. Ich nehme nur Leute rein, die ich mobben kann. Ach so, okay. Also Dennis. Hör auf, der sieht das, glaube ich. Cool. Hallo Dennis. Jetzt ist das nicht mehr. Jetzt hat er abgeschaltet. Abgeschaltet. Nimm das doch mal mit was. Nein, da ist nur scheiße drin. Ja, wir brauchen aber scheiße. Ne, ganz ehrlich, wir brauchen die scheiße. Wir haben gerade erst angefangen hier. Wir haben noch kein Equipment. Doch. Ich habe 53 Schuriken. Das ist ja super. Jetzt habe ich keine 53 mehr. Ja, jetzt hast du vermuten. Wow, da ist noch mehr. Brauchen wir Clay? Hier ist noch ein Tipp. Also Clay brauchen wir eigentlich nicht. Ich habe das noch nie gebraucht. Naja, da kannst du Red Bricks draus machen und die haben wir schon verwendet. Aber die findest du doch hässlich. Ne, habe ich nie gesagt. Ey, doch hast du. Du hast gesagt, du nimmst lieber die. Ah, was ist denn da drin? Toll. Scheiße. Leer, was denkst du? Das habe ich schon mitgenommen. Ne, da waren 24 Silber drin. Wow. Hallo. Hallo. Naja, da war auf jeden Fall Silber drin. Und wir sollten immer... Oh, komm. Und da waren ein paar Copper-Bars drin. Okay. Was ich auf jeden Fall... Bäh. Diese scheiß Schleime. Schleims. Schleimer. Schleimer. Oh ja, hier geht's schön tief runter. Okay. Dann nehme ich mal kurz das Copper mit. Wer will schon Copper mit? Bitte mal mit einem Witz unterhalten. Ja, gerne. Erzähl. Ne, ich weiß doch keinen. Achso. Ja, wieso fragst du denn? Ich weiß doch auch keinen. Fräkst. Fräkst. Wo kommst du eigentlich? Hä? Wo holst du? Baden-Württemberg. Achso. Weil ich nämlich schon mal die ganze Zeit mal irgendwie so... Des Interesses halber... Des Interesses halber fragen. Oh. Ich steh auf Eisen. Schieß Schwaben. Wollen wir Jones mal einladen zu einer Gesangseinlage? Ne, Mario soll vorbeikommen. Oh ja. Das spielen wir irgendwann mal im Hintergrund ab. Ja. Irgendwann machen wir das mal. Ja, eben. Und dann dürfen wir nicht lachen. Das schaffe ich aber nicht. Ach, hey, komm. Ey, da ist Silber. Geil. Ja, hier auch. Guck mal, ganz viel. Guck mal, ganz viel. Der King dreht im Kürigen. Der ist echt schlecht langsam. Beim ersten Mal wach er. Ja, soll ich es lieber sagen, ich werde von Elvis gestoppt oder was? Du läufst mir ja auch immer... Kann ich da überleben? Ich weiß es gar nicht. Ne, ich weiß, er ist schlecht. Ich mag es aber, wenn du sagst, es ist hier schlecht. Aha. Jetzt mobbsch mich auch noch. Ja, äh, du hast gesagt, ich darf dich mobben. Hab ich? Hab ich nie gesagt. Hallo. Ich hab... Du hast auch gesagt, ich darf dich über Skype schlagen. Ach so, ja. Und außerdem... Willst du nicht zu Lidl? Also beschwere dich mal nicht. Hör auf. Nachher wollen die das auch noch sehen, ey. Die Scheiße. Hallo, ich lade das auch hoch. Aber Bionic-Commando, wo ablose ich nicht, ne? Ich hab das gerendert. Gerendert. Aber ich bin... Ich bin leider auch viel zu leise, weil ich da die Sound-Einstellung natürlich verkackt hatte. Ja. Aber ich lade auch mein Match hoch, weil ich eben mit Aufnehmen schlecht bin. Genauso wie mit Aufnehmen schlecht bist. Hallo, ich bin der Beste. Hm, mit dem Tube. Ich hab ziemlich viele Fackeln, wenn du brauchst, ne? Ja, ich hab auch noch 88. Okay, sieh mal 8. Ich geb dir mal ein paar ab. Wieso? Das ist eine, weil ich grad 99 hab. und ich möchte gerne mein Inventar ein bisschen frei halten. Ah, okay. Ich hab da in dieser einen Kiste relativ viel gefunden. Und ich hasse es, dass ich kein, äh, kein Greifhaken hab. Hm. Den Doppelhaken hab ich noch nie gesehen. Double Hook, den kann ich dir nachher mal auf dem Server zeigen. Davon haben wir zwei Stück. Der hat eine längere Reichweite, aber kann auch nur halt ein, so ein Ende abschießen. Eins. Ich dachte, das ist ein Double Hook. Jaaa, aber ich weiß auch nicht, warum er so heißt. Denn er kann wirklich, du kannst da wirklich nur noch mal einen mit abschießen. Oh, hier, hier ist eine Kiste. Oh, hier ist noch ein kleiner Ausläufer der Höhle. Wir müssen echt mal gucken, dass wir mal ein bisschen unser Haus ausbauen demnächst. Hm. Und vor allem Dinge brauchen wir ein Bett. Ja, klar. Vielleicht finden wir ja ein paar, äh, Spinnenweben. Ja, ich bin gerade auf dem Weg zu Spinnenweben. Hier sind welche. Und ich kann, oh ja, ich bin über dir. Ja, ich seh dich. Lass meine Spinnenweben in Ruhe. Deine Spinnenweben sind nicht so gut für meine. Meine Spinnenweben war, ja, mit Vollmilch. Ne. Ah, im Kühen. Das ist die neue Müller-Milch. Müller-Milch, Arachnoid. Ja, klar. Hm. Erinnert mich schon wieder an Skyrim. Ich hab grad Skyrim geschaut. Von irgendwem kenne ich nicht, egal. Ich muss ja nicht jeden Let's Player erwähnen, oder jeden Let's Player, in die ich gucke. Ja, doch, mich schon. Ja, also das ist Kaloroth und ich hab grad epische Lags. Haha. Ich glaub, das ist, weil ich, weil wir diese automatische Sicherung, äh, an ist bei meinem PC. Kindersicherung. Nein, Mann. Automatische Datensicherung. Und jetzt hab ich wieder keine, ich hab schon wieder Lags. Also, wie man in Terraria Lags haben kann, das weiß ich auch leider nicht. Ich hatte vorhin bei YouTube Lags. Haha. Das ist noch erwärmlicher. Ja. Das war so richtig scheiße. Ich hab ein Infovideo gemacht, hab ein bisschen Videomaterial gebraucht, also Gameplay-Szenen. Und dann hab ich aufgenommen und dann mit einem Frame auf YouTube. Das war so scheiße. Oh, ist das erwärmlich. Ist ja noch schlimmer, als in Terraria Lags zu haben. Hm. Ja. Hey, ich kann also von Stein... Ja, okay, ich weiß echt nicht, warum das bei mir gerade so stellenweise lächelt. Boah, der Sand, der geht da aber langsam runter. Ja, weil wir eine beschissene, ähm... Ja, äh... Ja, äh... Spitzhackgeraden. Achso. Da geht's auch noch hoch. Äh, zwei... Zwei Schläge für einmal Sand. Ah, Wurm. Und ihr habt epische Lags? Äh, ich hab keine Ahnung, warum. Aua. Oh, haha. Schlag mich nicht. Oh. Oh, scheiß Vieh. Äh, sag mal... Läuft der Server bei dir normal, also hast du irgendwie laggt? Äh, nee. Können wir mal kurz eine Aufnahmepause machen, ich weiß nicht, warum das gerade so laggt. Ja, aber bei mir jetzt auch gerade einmal. Äh, Moment, ich komm zu dir. Und dann mach ich hier eine Schutzmauer. Boah. WTF. Okay, wir können pausieren. Okay. Ja, okay. Ey, es lag echt nicht mehr. Okay, cool. Hält mir. Ich glaube, es lag echt an dir. Boah, jetzt ruckelt's bei mir, du wirst es nicht glauben. Hä? Ähm, okay. Nochmal kurz einbauen. WTF. Okay, ich hab jetzt, äh, sieben FPS, fünf, zehn, neun, sieben. Ja, warte kurz. Ich muss hier nur mal kurz den Slime kaputt machen, dann komm mal kurz runter und bauen, wenn's gut sein. Boah, WTF, Mann. Ich hätt's Control Panel anlassen sollen. Ja, okay. Jetzt geht's wieder, jetzt geht's wieder, Moment. Oh, Gott. Und hier oben fängst du wieder an, ich weiß nicht warum. Hä? Ja, dann gehen wir in eine andere Richtung. Genau. Tschüss, du doofe Ecke da oben. Ich hab übrigens die FPS bei mir gar nicht an, sollte ich vielleicht mal einführen, ey. Ich nehm da mal kurz die Fakten mit der oben in der Ecke. Nein, sonst ruckelt's dort wieder. Bei mir ruckelt's nicht. Ich kann mir ja normal aufnehmen, das war bei mir einfach nur die Datensicherung. Oh, das sind gelbe. Oh, nee. Oh, guck mal, hier geht's weiter. Ja, das ist doch so. Wir nehmen das jetzt auf, nach der Aufnahme können wir ja mal gucken, was los ist, weil irgendwie das Tierrad auf dem Sack ist, nicht mehr Terraria gerade so laufen will, wie ich's möchte. Mhm. Und wir haben, äh, äh, ich find diese automatische Life Regeneration, ich möchte das Eisen haben. Hör auf mit den Granaten, Männer. Ja. Entschuldigung, ich dachte, das wären Geschenke. Ja, du, ich auch. Das ist ein Geschenken. Na, ha, 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 ha. Das ist ein Giant-Bed. Hm? Ja und? Achtung, Granate! Wow! Alter! Oh, nee, ist doch ein normaler Bed. Ja, ach nee, die war ja viel zu klein für den Giant-Ock-Gott da unten hockt was. Du mobsst mich mal, du mobsst mich nur. Yay! Getötet. Das ist matt. Das Mut. Mein Mut. Meine Mutter. WTF! Fuck, ich hatte die Granate ausgerüstet. Ich hab gedacht, ich kloppt da schön auf dem Stein rum, ja, von wegen. Sollte ich auch nach Hause kommen? Oder was? Nee, 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 nee. Ach so, äh, rote Party-Pedal. Juh. Hä, wieso ist dort ein Haus drauf? Housing. Ach, da ist nur, ach, da wird jetzt angezeigt. Ja, das ist aber schon ewig. WTF. Das kann ich dir diesmal sagen, da ist schon ewig jetzt. Du hast mir jetzt mit der Live-Regeneration, ah, Live-Regeneration gesagt, ich könnte das sagen. Ey, aber die Live-Regeneration ist schon ewig, die ist vor 1.1 Haus gekommen. Ja, aber ich hab das, äh, ich hab das nie gemerkt, weil ich immer das, äh, den Ring... Ah, was für ein Ring? ...gefunden und noch mehr Silber, wir können Silberspitzhacken machen. Wenn nicht sogar Gold. Hä, wo geht's denn jetzt lang? Ach, da hat's ganz viel Eisen. Soll ich das mal abbauen? Ja, klar. Nimm mal mit. Vielleicht können wir uns schon heute, äh, schon diese Folge hier Rüstungsteile basteln. Oder ein Klo. Ich weiß nicht, also Klo ist bei mir, ist ein Terraria für mich jetzt nicht so wichtig. Oder hast du schon mal einen Terraria-Charakter beim Scheißen gesehen? Nee. Ich könnte dich ja nicht mal hinsetzen. Oder ducken, dann wär's wenigstens ein bisschen realistisch. Wir müssen Minecraft spielen, dann sieht das sogar wie Scheißen aus, wenn die sich ducken. Ja, die können kotzen. Die Charakter aus Minecraft. Nee. Doch. Aus dem Mund kommen immer die Items, wenn man sie wegschmeißt. Ach, das! Ach so. Ich hab gesagt, hä, das ist so von mir. Ist das eine große Vase da unten? Ich schau mal. Hey, dort passt vielleicht so eine Sonnenblume rein. Nee, das war eine, äh, nein, die Vase ist doch nicht. Die Vase. Die Vase beinhaltet noch einfach nur Gegenstände. Ach so. Da ist ein Grabstein. Ja, meiner. Deiner? Du bist ja gar nicht weit gekommen. Schäme dich. Ja, äh, ich hab mich hier irgendwie mal damit beschäftigt in... Hä? Ach, du hörst dich gar nicht. Hm? Ja, ich hab aber gar nicht... Ich hab mich hier beschäftigt, das Gold abzusichern. damit ich das jetzt abbauen kann. Und das ist da was, hab ich die Mine pinst, also. Ja, immerhin. Ich beleidige dich, wann ich will. Ja, ich schlage dich per Skype, ne? Hm. Ach, ich will endlich wieder eine Truhe. Und diesmal mit was Interessantem. Mit ne Goldstruhe? Mhm. Ich würde gerne einen Muramasa haben, oder müssen wir ja in den Dungeon. Nein! Okay, ich hab gedacht, das, äh, hätte geklappt. Ich hab... Ah, da sind... Du hast eine Falle ausgelöst. Hä? Oder was? Boah, ich lad erst mal Zeug ab hier. Ah, ja, du hast eine Falle ausgelöst. Ah. Inactive Stone. Ich mach die Dinger. Ja, vor allem, weil sie inactive sind. Ja, wir können sie aktivieren mit Kabeln, du. Honk. Zack. Noch einmal Honk zu mir. Und dann ist Schluss. Honk. Okay, es ist Schluss. Also, äh, das war der Part. Tschüss, Leute. Hä? Willst du dich jetzt verarschen? Nein. Es ist noch nicht Schluss, Mann. Ja, eben, Honk. So, irgendwie. Äh, ich muss mal auf den Timer gucken. Ach, komm, bewegt dich. Äh, 16 Minuten. Oh, sind wir guter Zeit. Ja, also, ich hab gedacht, wir hätten jetzt schon die 20 erreicht, aber... Ja, irgendwie schon. Beim letzten Mal ging's echt schnell, finde ich. Und ich hab hier wieder verdammt viel... Ah, Skelett. Ich hatte nie was gesagt. Ich fühl mich hier nicht wohl. Ja, du konntest auch sterben. Nee, sicher nicht. Ich habe 77 Silber. Der Merchant könnte nämlich einziehen, wenn ich das nächste Mal im Haus bin. Ja, wieso? Ich hab auch Bomben und Granaten und der ist noch nicht eingezogen. Der Depp. Merchant kommt bei 50 Silber. Ach so. Boah, ey, Dennis spielt Team Fortress 2. Voll der fette Ding auf meinem Screen. Dennis? Äh, nicht Dennis. Switchback. Genau. Der Phil. Phil Collins. Ja, Phil Collins. Sehe ich auch so, sehe ich auch so. Hallo, Phil Collins. Diese scheiß Schleimhild. Oh, geh weg. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ich weiß nicht, wie ich nachher nach Hause kommen soll, also ganz ehrlich, ne? Ich hab keine Ahnung, weil hier sind ziemlich viel ekelhaft... Nein, jetzt kommen schon diese ekelhaften Slimes. Find ich aber gar nicht so geil. Und ich hab 27 Spinnnetze, wie flasst du? Ähm, 15. Okay, da können wir leider noch kein Bett Bett machen Oh, jetzt hat's schon wieder gelaggt, was ist denn heute los? Ein Skelett Er droppen die nicht auch Dinge? Ähm, so ein Haken? Ähm, nein Die Mimics können die Double Double Hooks drown Nein, ich mein einfach so ein Haken Achso, du meinst die Hooks Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo man die Haken kriegt Also die kriegt man eigentlich von Piranhas Da unten ist ein Grabstein von dir Ja, da will ich jetzt hin Ähm, kannst du mal meine Fakten lassen Nö Kannst du mal ein paar Fakten nehmen? Nö Danke, hast du schon? Oh, wow Black, 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 black Man in black, slime in black Nein Ich wär fast verreckt, man Ja, ohne mich wär's jetzt tot Ich hab, äh, Heiltränke, ne? Also Ja, ja Insgesamt hab ich so schon 24 Stück Und ich hab in Active Stone Hallo, da kommt mehr Wasser Ja toll, ich ertrink hier gleich Und du füllst das Ding noch auf Du hast es da oben aber auch relativ unintelligent geöffnet So, ne? Ganz nebenbei Hab ich gar nicht Da kann man schön runter Ich also aufgleich Juhu Äh, echt? Ich seh grad gar kein Vital an von dir irgendwie Sonst seh ich auch deinen AP WTF geht doch da hoch, du Depp Ja, jetzt bin ich gleich hinüber Mann Was, Mann? Soll ich sterben? Nein, aber ich will da Huch ich mich das Copper haben Ich glaub, wir sollten nachher mal was bauen Und nicht nur in Höhen rumlaufen Ich find das aber spannender Ja, ich natürlich Ich find's auch ganz interessant Aber Wir sollten vielleicht echt nur unser Haus nachher ausbauen Wenn wir gleich noch eine Folge aufnehmen Was ich mal annehmen Wer sagt, dass ich mit dir was aufnehme? Tust du gerade Ja, aber nachher Ja, weiß ich, dass du das machst Ja, woher? Ich hab noch was anderes für euch ertrinkt Ja, stimmt Du musst noch fliegen Lass Lidl aus Oh, 25 leben Lass ein Lidl aus dem Spiel Ja, lass dein Lidl aus dem Kellern Okay, wenn der nicht schlecht war Dann weißt du nicht, was schlechte Witze sind Ach, der war so super, Timo, komm Ach, du kannst mich mal Ganz ehrlich Trickschen-Orden Für deinen Scheiß Den du hier ablieferst Okay, jetzt hab ich Aufs Mal Über 50 Spinnnetze gekriegt Ähm, ich hab 32 Dann haben wir halt sogar zwei Betten Ich will nämlich nicht mit dir in einem Bett schlagen Ähm Ähm Ähm, bist nicht witzig Wollte ich auch gar nicht sein Ja, das sagen sie alle Und dann heulen sie nachher rum, weil sie nicht witzig sind Genau denselben Spruch, nur mit Und dann sind sie schwanger Sagt einer aus meiner Klasse immer Ich fährt den Tag schlecht mit ganzem zu schwanger Ja, meinte ich nicht Also Also Bei uns in der Klasse wird gerade so ein Englisch Sleepy Hollow geguckt Und bei jedem Mal, wo man Blut sieht Äh, schreien sie alle So, wie ekelhaft Man sieht Blut Und das ist ja so technisch total schlecht gemacht Der Film und so Weil ich will jetzt nicht, wenn man eine Klasse ablässt Wenn das total scheiße ist Verdammt Ganz ehrlich, ich empfehle dir nicht In eine totale Mädchenklasse zu gehen Ah, okay Du der einzige Junge, oder? Nein, nein Voll dich drauf 23 Mädchen Hatte ich schon erwähnt, dass eine Mitschülerin noch im Urlaub ist Und schon sei Und das ist mo- Wow Morgen Noch Ja, soll sie doch Ich weiß nicht mal warum Aber wie kann man so dumm sein Und sich so verplanen Dass man nicht rechtzeitig zum Schulanfang wieder zu Hause ist Vielleicht ist es Absicht Ja, total Ich schwänze extra mal vor den Abi-Klausuren Die Schule macht noch einen höchsten Sommerurlaub Kennt man ja, ne? Boah, wie ich gerade abbau Das ist so scheiße Das sieht total scheiße aus Aber du tanzt Jumpstyle Ich verstehe das Ich hasse Jumpstyle Der einzige Tanz, der im Unterricht einigermaßen Spaß machen kann Wir haben auch schon Standard gemacht Aber Standard ist richtig beschissen im Unterricht Vielleicht sollten wir mal irgendwie gucken, wie die Zeit ist Achso, ja, ja Das ist kein Problem Mein iPod, der stirbt gerade Äh, 23 Minuten und 10 Sekunden Okay, dann würde ich sagen Oh, spring doch schneller, du dummes Vieh Jawohl Hey, ich wollte gerade da runterlaufen Mein Geld Nein 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 Okay Alles wird gut Ja Nicht überventilieren Naja, wir sind dann beim nächsten Mal im Nervis-Tanik Tschüss Tschüss Nein Aufnahmen prüfen